Könnt ihr viel essen? Definitiv. Also zwei Döner, drei Döner Minimum. Hast du schon mal von einem All-You-Can-Eat-Store gehört? Nee. Ich auch nicht. Kannst du dir vorstellen, Klamotten zu essen? Ja. Nicht komplett. Nicht zu verdauen, aber sie reinzubeißen und sie zu behalten, wenn es geht. Was glaubst du, wie viele Kleidungsstücke auf einmal du in den Mund bekommst? Schon jede Menge. Na, so zwischen 75 und 6 ungefähr. Wie würdest du dich auf das Event vorbereiten? Indem ich eine Woche lang erstmal gar nichts mehr esse.